Ach, da oben war ich vor uns, siehst du? Scheiße Da müssen wir mal gucken, dass wir hier hinkommen jetzt Irgendwie Dass wir hier irgendwie dann hier lang kommen Ach stimmt, ich bin durch den Berg gefahren Das war so So, ist denn jetzt dieser Wegpunkt hin? Ach, da Gut, äh Moment mal Da ist doch die Höhle wieder da hinten So, und hier, Moment mal, aussehen, jetzt ist er alle Wegpunkt schon wieder hin Ach, da oben Ist auch eine Höhle Also, ich verwert mich hier gerade ganz Ich muss aber gleich durch die Höhle Durch Dächtig Komm jetzt hoch Verdammt Du bist auf den Berg rauf, und auf der anderen Seite wieder runter, oder halt durch den Berg, genau Furchte aus unseren Außenposten? Und eine Archenrettungskapsel? Wo haben sie die denn her? Das spielt keine Rolle Das spielt keine Rolle Sie werden sie jedenfalls nicht behalten Wir müssen sie aus der Nähe scannen Meine Sensoren registrieren Kenntechnologie Pathfinder Naja Stimmt, die bin ich von lang gefahren Ja, jetzt erinnere ich mich wieder Moment Hier war ich von lang gefahren Ich glaube, ich bin hier irgendwie hoch, oder so Das stimmt Guck mal hin, so weit war das gerade weg, ne? Hier ist es wieder Mein Ding Ich wollte ja auch da hin, genau Da war ich von stehen geblieben Flachgipfel, jawoll So flach als hat Gipfel aber auch nicht, oder? Ja, da haben wir es doch Nein, nicht wieder eh Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten Klasse Das haben wir In der Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt Wat, 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 wat hat er gesagt? Was für Dinger sind abzuholen? Ich habe ihn nicht verstanden 100% Lebensfähigkeit am Match, der Mensch, Leute Wahnsinn Wat, wat hat er gesagt? So, jetzt müsste ich dann hier lang Äh, nicht irgendwie durch hier, wa? Ach, Abbauzonen Okay Abbauzonen, okay Jetzt haben wir es Endlich rausgefunden, ne? Was ihr wollt ihr von mir? Aha Annen Oh Eeeh Eeeh, warte ma Jetzt haben wir da tausend Dinger weißt du und das ist finde ich halt wenn du eins markierst das ist tausend Dinger die da sind. Das gehört halt zu diesen Quest halt ne und dann fährst du halt immer sonst wo lang und das ist das Problem. Ach guck an, wer kommt denn da angeflogen? Feinde. Feindenübermaß. So wie sind wir jetzt hier? Ja wir sind hier, okay dann haben wir hier, ach jetzt machen wir auf jeden Fall die Aufgabe. Na das ist egal, da haben wir einen Weg hier, aber das ist gut, da haben wir einen Weg wenigstens. Da gehen wir den Weg halt lang hier. Eigentlich wollte ich ja hier hoch, aber gut. Dann gehen wir halt den Weg. Hier ist noch ein Fahrerzeichen. Das folgen meine Fahrerzeichen genau. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ich mach mal oben die Dingerblatt hier. Ach ich muss aber erstmal aufs WC Leute. Aufs WC. Moment mal bitte. Ja. 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 Vielen Dank. So, meine Ohren. Ja, mir ist dieser Kopfhörer abgestürzt. Sorry. Sorry. Ich hing am Kabel fest. Ähm... Haha, kein Ding. Genau. Ah, jetzt ja. Okay, kann er gleich abbauen hier. Machen wir erstmal hier die Jungs-Claw hier oben. Sieht aus, als hätte die Geißel diese Relikte erreicht. Ich empfange in unmittelbarer Nähe sie... Was haben wir hier? Forderungsnotizen, Anna Carell. Okay. Besteht irgendeine Hoffnung, dass diese Forscherin noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich. Vor der Aktivierung des Gewölbes hat die Strahlung hier bei längerer Exposition zu tödlichen Gesundheitsschäden geführt. Okay. Aber vielleicht hat ja wenigstens ihre Arbeit überlebt. Wir müssen die anderen Forschungsstätten finden. Ja, jetzt sind wir erstmal hier, weißt du? So, perfekt. Ach guck mal, hier hinten ist ja... Ach ne, doch nicht. Doch, da hinten ist das komische Ding hier. Erinnerst du dich noch an Bre? Chris? Da war auch so Zeugs hier. Also, sieht mir das so aus ähnlich aus. Ne? Und ja... Pfff! Ist halt überall, ne? Überall gefährlich. Klar, ne? Mensch, ja, das Zeugs... Bre hab ich ja auch endlich mal letztes Pferd gespielt gehabt. Aber hier steht ja immer da, dass es gefährlich ist. Keine Ahnung, warum. Was passiert, meine ich? Passiert aber gar nichts. Da war auch dieses... Ne, das war eher orange, das Zeug, glaub ich. Na, egal. Gibt's ja verschiedene, ne? Hä? Bist du jetzt Hallos oder was? Hier war da eben noch so ein Ding rumgestanden. Ne, egal. Hier haben wir ein Bild damit. Da war da eben gerade so ein Ding noch da gestanden. Wo sind sie jetzt hin? Hä? So ein Ding, äh, was ich vorhin angeschossen hab und nicht reagiert hat. Ich erinnere mich an Schwarz, aber ja... Ist ja nicht wichtig. Ne, eben ist nicht wichtig. Stimmt. Hä? Bist du jetzt blind auf die Ahren oder war das ein Bock? Hier war eben noch ein Vieh gestanden. Ne, Moment mal, das will ich jetzt aufklären hier. Das ist wie eine Robotermaschine. Die stand vorhin auch schon da und hat sich nicht bewegt. Vielleicht, äh, gut, vielleicht, wo hab ich die Wurzeln als Robotermaschine gesehen. Keine Ahnung. Na, ist egal. Ich geh mal weiter hier. Misteriös. Misteriös heu wieder. Ganz misteriös. Das ist, äh. Das ist, äh. Ja, aber... ...gesehen zu haben. Ja, eben, gell. Sag ich ja. Und dann war es einfach weg gewesen. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Pasch, ist es ein Geister? War er da gewesen? Ich hab aber weiß, wo es hin ist. Möglich ist alles genau. Ah, zeig. So, warte mal. Die bauen ja ab hier. Das ist schön. So, Moment mal. Ähm. Welchen Punkten nehmen wir denn jetzt hier vor lauter Punkten auf der Karte? Allllllllso. Wir sind jetzt hier. Die bauen immer noch ab. Hier ist auch noch irgendwas. Da war man ja gerade, ne? Rein, die hab ich gesehen. Dann müssen wir da... Warte mal. Dann müssen wir, wenn wir da waren... Moment. Moment. Da müssen wir uns drehen, mal würde ich sagen. Und hier runter. Ach, da unten ist doch noch ein Ding guckt. Waaaah. Heide nein. Oh, hier sind noch Feinde. Schaut. Feinde über Mars. Also bin ich ja beruhigt, dass du das auch gesehen hast. Ich bin ja blind auf die Augen. So ein Ding war da gestanden. Er hat sich nicht bewegt. Ja, ganz sicher. Na, sag ich ja. Ich glaube, das war's. Echt? Ging er schnell. Achtung. Bäm. 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 Achtung, Achtung, Achtung. Bäm. Achtung, Achtung. Bäm. Bäm. Keine Ahnung, was mir den Sinn hat hier. Uh, ich mach's halt kaputt. Das läuft ja leider lang, Mensch. Selbst schuld, ne? Achso, da war nichts mehr. Guckst du, ob ich hier oder das vielleicht, ähm, das ich erschossen hab? Die Leiche halt so stand. Und dann verschwinden die ja. Das kann auch sein, ne? Vermut ich jetzt mal so. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Und ich hab's halt ewig gesucht, ne? Du, da haben wir ja alles entdeckt, oder was? Hm, weiß ich aber nicht so genau, ob ich alles entdeckt hab hier. Aber ich kann auch nichts machen hier. Wir werden es nie erfahren. Nein! Es bleibt ein Rätsel. Ah, herrlich. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Manchmal, äh, sind Dinge, die bleiben halt einfach dann unerklärlich im Leben. Jawohl, baut ich ihn ab da hinten. Perfekt. Oh, da hinten ist oben. Oh, das sehe ich gerade. Jetzt holen wir uns noch, oder? Hm. Jetzt kennt es mir, das oft passiert. Ist da auch noch was? Da hab ich oft irgendeine... ... 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